Mein Name ist Roger Braun. Ich bin 1,68 groß. Man braucht keinen Psychologen, um zu verstehen, dass das kompensiert werden muss. Da ist zum Beispiel mein Haus. Wert 30 Millionen Kronen. Dieses Werk da von Julian Opie ist etwa eine Viertelmillion wert. Die Jagd des kalydonischen Ebers von Rubens. Weißt du, wo es jetzt hängt? Nein. In der Wohnung von Klaas Gräwe. Das ist mein Mann, Roger Braun. Klaas Gräwe. Was meinst du, ist das wer? Einige Millionen. Bist du gefoltert worden? Solche Geschichten kennt man eigentlich nur vom Film. Nein, Roger, sowas gibt's in keinem Film. Herr Gott, was ist hier los? Er ermittelt in Sachen Kunsttraum. Ich dachte, Sie wären für Mordfälle zuständig. Ja, aber diese Kunstdiebstähle nehmen überhand. Wir setzen alle freien Kapazitäten dafür ein. Ihr sollt uns erst mal wieder beruhigen. Was ist passiert? Stehenbleiben! Keine Bewegung! Deine시간 long- Wunittelt. Deine TONBINE! Sie strucken. Keine Bewegung! Wo w Oh Untertitelung des ZDF, 2020